Ich hätte es mir schon noch nicht vorstellen können. Wirklich nicht. Hallo für das erste Date. Ja, für die zweite Wahl. Wow! Willkommen euch das jetzt jeden Tag zu hören? Zweimal am Tag. Nein, ich mache alles. Ein Gott zu viel. Nein, aber es war cool auf jeden Fall. Guck mal, ich habe nicht gedacht, dass es so geil wird heute. Dachte ich auch nicht. Ich fühle mich wohl bei dir. Im Nachhinein bin ich froh, dass es Danilo war. Weil wir doch irgendwie seit Tag eins, also seit gestern, irgendwie so eine Connection hatten. Vom Typ her bist du eigentlich nicht mein so aussehen. Aber charakterlich schon. Wie bin ich denn charakterlich? Ja, du bist so cool drauf eigentlich. Du verstehst mich so nicht. Hey, Bro. Ja, hey, Bro. Wir verstehen uns, weißt du? Ja, ich stehe eigentlich auf blond. Aber irgendwie die Blondinnen hier sind nicht so meins. Keine Ahnung, die catchen mich nicht. Aber wir verstehen. Hey, Entschuldigung. Okay, das wird abbrechen. Verstehst du? Ich kann so Spaß machen so mit dir. Und du verstehst mich so. Ja. Und das ist mir halt wichtig. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir zusammen in die Matchbox kommen. Und damit ich Klarheit habe. Und ich einfach weiß, ob die Finiaman perfekt matcht oder nicht. Ihr wollt noch mehr heiße Flirts? Dann geht's hier zu Are You The One Playlist. Und hier zur ganzen Staffel auf TVNOW. Das war's von da Newsе. Dann geht's auf Steve. Die war's von Sabrina wird statt, как nach der Thermaltė. Nach 보니까 die Dameotente in der temperatur war, ichüyorum. Da bin La higher, der dialect der Kamalos Cross Californianest wird.